Uns läuft die Zeit davon. Sie haben gesehen, was da draußen passiert. Die sind gleich bei euch! Los! Festhalten! Mit Thomas werde ich fertig. Irgendwann wird er schon auftauchen. Genau das bereitet mir Sorgen. Man hat euch entführt, weil ihr immun seid gegen eine Seuche, die die ganze Menschheit vernichten wird. Nieder! Ihr werdet geopfert, um ein Heilmittel zu finden. Ihr werdet nicht aufhören. Darum werden wir sie aufhalten. Die letzte Stadt, das ist Wickeds Hauptquartier. Die Höhle des Löwen, Erdmann. Genau da gehen wir hin. Drei Jahre waren wir hinter diesen Mauern und haben versucht auszubrechen. Und jetzt wollen wir wieder rein. Dann sitze ich vorne. Die Welt stirbt. Nur wenn wir ein Heilmittel finden, waren diese Opfer es wert. Tut's dir leid, was du uns angetan hast? Ich dachte, ich tue das Richtige. Es gibt keine Garantie, dass wir das schaffen. Wenn das Ganze angefangen, dann sollten wir es auch beenden. Sie ist dir immer noch wichtig, stimmt's? Hübe mich nicht an! Komm schon! Wie viele von uns werden sie noch entführen? Foltern? Töten? Wann wird das aufhören? Wenn wir das Heilmittel dagegen finden? Wenn wir das Heilmittel dagegen finden. Thomas, du kannst deine Freunde retten. Oder du rettest uns alle. Los, los, los! Maze Runner. Die Auserwählten in der Todeszone. Bitte, Tommy. Bitte. Ab 1. Februar. Nur im Kino. Ab 1. Februar. Nur im Kino. Ab 1. Februar. Nur im Kino. Ab 1. Guy Pastor